Hallo in die Runde und willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Als allererstes eine kleine kurze Entschuldigung an die Recklinghäuser, die natürlich nicht Recklinghausener heißen. Das war keine böse Absicht, nun gehen wir aber hier mal in die Vollen und schauen, was sich tut. Auf jeden Fall erfreulich, auf den letzten Metern des Rocket steigt die Beteiligung wieder. Es sind jetzt auch nur noch zwei Monatszyklen, um sich noch ins Finale zu qualifizieren. Wir haben 33 Teilnehmer, ist mal wieder ein richtiger Besucherrekord. Das freut mich besonders und nun schauen wir mal, was die Karte hergibt. Erste Überraschung, im Spiel 1, Kreuz wird gespielt. Das heißt noch nicht, dass die Chancen besonders gut stehen. Bei meiner Beikarte, Pik 10, Blank Karo 10, bestellt er 7 Dame. Aber trotzdem erstmal eine Überraschung, wenn ausgerechnet die Farbe angesagt wird, wo du selber 5 Trümpfe hast. So, mein Partner hat auch noch 18 gehalten, spielt jetzt Karo Lusche. Ja, also gerne geht man da mit der 10 nicht rauf, aber es ist irgendwo Pflicht. Was soll er da wohl gemeint haben, wenn er die Lusche bringt? Wenn ich auf die 7 die 9 lege, dann werde ich in den wenigsten Fällen damit etwas bewirken, etwas gewinnen. Gerade wenn der allein für das Ass nicht hat, ist das meist Katastrophal. Nun hat er aber das Ass. Gut, das tut mir jetzt natürlich besonders weh um meine schöne Karo 10. Aber jetzt ist es auch nicht mehr meine. Und hier sehen wir auch, warum es gar nichts genützt hätte, wenn ich da nur mit der 9 raufgegangen wäre. In dem Fall hätte der Alleinspieler eben mit dem König geschnippelt, ziemlich sicher. Ja, nun kann man sagen, warum hat mein Partner Karo aufgespielt? Vielleicht auf meine 18. Nun ist so eine 18 häufig gar nicht so ein besonders aussagekräftiges Reizgebot. In dem Fall habe ich einfach mal, ja, ein Flockenspiel in Mittelhand angereizt, wie das dann so vorkommt. Gut, vielleicht hatte mein Partner auch kein besseres Aufspiel. Naja, irgendwo Herz hätte er vielleicht gehabt. Herz Ass sieht zwar erstmal schön aus, macht mir jetzt aber wenig Hoffnung, denn Pik Ass wird wohl der Alleinspieler noch haben, wenn er so einen schlappen 5-Trümpfer hat. Ja, das bringe ich nicht an ihm vorbei. Also irgendwie sehe ich nicht, dass wir hier dieses Spiel noch gewinnen können. An sich ist jetzt Herz nachspielen gar nicht unbedingt so eine tolle Idee, weil der Alleinspieler dann natürlich seinen Trumpf 10 verstechen kann typischerweise. Das tut und dann das Pik Ass hinzieht. Ich sehe hier jetzt noch eine Mini-Chance, wenn er irgendwie einen Fehler macht abschmeißt. Und vielleicht ist der 7. Karo, die Karo-Dame, die fehlt ja noch. Vielleicht ist sie doch bei meinem Partner. So, und hier haben wir schon mal den ersten Schritt, dass tatsächlich abgeschmissen wird. Ja, ich glaube nicht richtig dran, aber irgendein bisschen Fantasie, bisschen Hoffnung muss ich ja haben. Naja, da kommt zwar eine Dame, aber es ist nicht Karo-Dame, es ist Pik-Dame. Und das liegt eben auch daran, dass die Karo-Dame tatsächlich beim Alleinspieler sitzt. Ja, gut. Ich steche jetzt hier, damit bin ich einen Trumpf kürzer, kann dann die Herz-Dame vorspielen, dann habe ich die beiden Trumpfstiche hier, aber das reicht uns natürlich nicht mehr. Ja, das ist erstmal nichts, und das ist natürlich eine riesen Überraschung. Ja, meist ist es ja so, beim Rocket, da wird eher ein Gang, eine Schippe zu viel gereizt als zu wenig. Jetzt werde ich hier allen Ernstes angepasst mit diesem Ding. Ja gut, ich sag mal so, Kreuz, Bube, Pik, Ass. Wäre das was? Da könnte man dann doch irgendwie was anfangen. Aber ich habe eingepasst. Ich habe nicht so ... Also, die Traute hatte ich nicht. Stellen wir vor, es liegt nur Pik, Bube und das falsche Ass drin. Ja, und dann ... Nee, dann gehört das Einpassen ab und an eben doch zum Start. Interessant, dass das jetzt hier gerade beim Rocket passiert. Drittes Spiel. Ich habe eine schöne Pik-Flotte, aber es deutet sich schon an. Zwei andere haben auch ein Spiel abbekommen. Ja, da hätte ich mich als Dritter auch nicht mehr eingemischt, wenn ich nur ... Wenn die anderen erst bei 20 gewesen wären. Drei Leute haben selten ein gewinnbares Spiel in der Hand. Da wird dann kaum gut drin liegen und die Farben werden lang stehen. Also keine günstigen Voraussetzungen. Bei 36 mische ich mich da mal erst recht nicht ein. So, Caro Hand. Erster Stich bleibt beim Alleinspieler. Ja, und jetzt sehen wir schon, was es für ein Spiel ist. Also entweder es ist tatsächlich der Siebentrümpfer oder es ist nicht noch ein Trumpf drin. Auf jeden Fall. Mein Partner wird jetzt nur die beiden dunklen Buben machen. Das ist klar. 36 Reizung. Ja, ich habe schon überlegt. Ich könnte auch den Herz König reintun, damit ich aufs Kreuz Ass, was ich meinem Partner ja aufgrund der Reizung zutraue, dann vielleicht die Kreuz 10 lege. Andererseits, ja, vielleicht hat er auch das Ass doch nicht. Vielleicht ist dann Herz eher seine Beikarte. Ich habe jetzt dann doch erstmal Kreuz 10 reingeschmissen. So, 27. Also das war ja schon mal bis hier gar nicht so schlecht. Und ja, irgendwie die Pik 10 fehlt noch. Vielleicht, vielleicht hat ja der Alleinspieler sogar die Pik 10 in der Hand. Das könnte unsere Chance sein, hier das Spiel zu gewinnen. So, wir haben 30 liegen. Ich habe schon drei Fehlkarten, zwei Fehlkarten jetzt gesehen beim Alleinspieler. Und ja, Kreuz Ass. Wo ist Kreuz Ass? Gucken wir mal. Nichts drin. Kann mir das jedenfalls locker erlauben. Mehr als zwei Stiche machen wir sowieso nicht mehr, hier nochmal ein Bild zu spielen. Und jetzt muss ich sagen, sehe ich es schon kommen hier. Es ist ausgesprochen schade, dass Spieler 2 hier nicht den Buben abgespielt hat, bevor er den Einschub ins Kreuz Ass weht. Denn jetzt haben wir eben 30 liegen. Und ja, selbst wenn Spieler 1 jetzt die Pik 10 hat, wenn ich jetzt hier den Pik König rein tue auf 38, das Pik Ass behalte, dann kann mein Partner mich weder anspielen noch den Alleinspieler anspielen. Dann wird er einfach auf den nächsten Stich die Pik 10 abwerfen können. Ja, deswegen sage ich mal, es bringt das auch nichts. Deswegen tue ich hier das Pik Ass rein. So, Herz 10 hat mein Kumpel auch noch. Das könnte langen, wird aber gestochen. Ja, und da haben wir es. Da haben wir es. Da kommt tatsächlich die blanke Pik 10. Das sieht jetzt ein bisschen dusselig aus, aber wie gesagt, ich konnte das nicht mehr reparieren. Das war ein typischer Fehler, sage ich mal, einfach ein Abzugfehler. Kreuz Dame, dass die noch getaucht wurde, war gar nicht so schlecht. Das war eigentlich perfekt. 30 Augen, jetzt Kreuz Bube, den Einschub in Trumpf rausziehen. Dann brauche ich auch das Pik Ass noch nicht wimmeln, weil ich ja sehe, was dann kommt. Dann ins Kreuz Ass einschieben und auf die Pik 10 geht sogar die Herz 10. Also in dem Fall hätten wir sogar 69 Augen machen können. Ja, gut. Hätte, hätte. Stattdessen haben wir 45. Das ist dann so der Unterschied und deswegen wird es eben auch mal empfohlen, den letzten Trumpf abzuziehen. Da geht es eben gar nicht um die Punkte in diesem einen Stich, sondern um das Stellungsspiel und um die weiteren Stiche. Wenn ich das hier sehe, ich war ja wieder übermüht. Ich habe auch schon wieder 18 geboten. Auf was für einen guten Stock habe ich denn da wieder gehofft? Dann bin ich ja froh, dass ich nicht reingekommen bin. Und ja, nun schauen wir mal, was Spiel da 2 zaubert. Leicht macht er es sich nicht. Sind jetzt auch die drei berühmten Reizungen am Tisch vorhanden. Aber Caro, ja, der wird ja wohl mit 2 mindestens sein. Und dann sind meine Trumpf vollen nichts wert, sogar mit 3. Und da sehen wir es schon, 7-Trumpf-Spiel. Dann gibt es jetzt nur noch 3 Stiche für uns, wenn überhaupt. Also 3 unbekannte Karten, 30. Na, schau an, sind wir raus. 43 und Ende der Vorstellung. So, Spiel 5. Und es ist der erste Ansatz, bei dem ich wirklich guten Wissen sagen kann, der wird ein wenig gereizt. Da werde ich nicht aufstecken, jedenfalls nicht vor 48. Spieler 2 hat aber auch was vor. Ist nur die Frage, passt er jetzt bei Nullouvert? Nein, er passt nicht bei Nullouvert. Er bietet die 48. Eigentlich ist mein Blatt fast zu schwach, um die überhaupt noch zu halten. Die Beikarte ist eine Katastrophe. Ja, ich halte die 48 noch. Ich will nur mal gucken. Kann ja sein, dass Spieler 2 davon beeindruckt ist und jetzt doch nicht weitergeht, wo er weiß, dass ich nicht den Nullouvert habe, sondern die 3 Buben wahrscheinlich. Aber das beeindruckt ihn nicht. 50 sind geboten. Jetzt wird es natürlich kriminell. Also die Beikarte ist natürlich ein absoluter Scherbenhaufen. Trotzdem kann man auch den Kreuz Hand reizen. Könnte man. Ist ein sehr großes Risiko. Müsste wohl gut drin liegen. Ich kenne Spieler, die würden gerade in diesem Rocket vielleicht dann sogar aufnehmen und noch versuchen, so einen Gang zu finden. Ich tue es nicht. Ich passe auf 50. Es ist jetzt natürlich keine Überraschung, muss ich ehrlich zugeben, dass er als Hand gespielt wird und meine Gegenkarte sieht dann auch ausgesprochen, ja, Lammfromm aus. Hand zahm. Nicht viel zu befürchten. Die schlimmste Befürchtung ist sicher, dass hier ein Bube liegt. Der liegt aber nicht. So, mit Karo König bin ich ganz schnell dran geblieben. Sieht so aus, als ob da irgendwo ein Karo voller schläft. Zumindest ist das hier mein Eindruck, so schnell wie die Karte flog. Das kann beim Online-Spiel immer ein bisschen täuschen. Auch da achte ich trotzdem darauf. Also das ging so schnell, dass ich nicht glaube, dass jemand ernsthaft da überlegt hat und jetzt noch Karo in der Hand hat. Hier ist sogar noch der dritte Trumpf auch bei meinem Partner. Also Trumpf steht Aal glatt. Und jetzt, ja, da haben wir den Beweis, ein Karo voller wird auf jeden Fall liegen, sonst wäre mein Partner doch wohl da drauf marschiert. Wahrscheinlich muss sogar das Ass mindestens liegen. Tja, und welche Karte fehlt noch? Karo Ass und Karo 10. Also wenn man das so mitbekommt, dann kriegt man ja doch wieder das Grummeln durch die 10. Ist ja unglaublich. Karo Ass 10 zu König Lusch hätte ich gefunden. Und Kreuzstand 2-2, falls ihr es auch gesehen habt. Ass und König beim Online-Spieler. Ja, muss ich diesen Rotzhaufen tatsächlich nochmal 50 halten oder 60 halten? Finde ich zum Drang mit Rhein Schneider. Hätte ich allen Ernstes. Trotzdem war der Herzhand nicht so schlecht mit Pik Ass 10, Kreuz Ass König. Naja gut, ein echter Riese war es da nun auch nicht gerade. Saß halt ausgesprochen glücklich für Spieler 2. Gut. Gucken wir mal, ob er immer so glückliche Verläufe hat. Hier hält er 24 von mir. Das war jetzt der zweite relativ gute Ansatz, an den ich nicht rankomme. Naja, so geht es eben auch. Jetzt muss ich mich aber langsam mal aufrichten. Jetzt wird Vita Kreuz gespielt. Da habe ich wieder 5 dagegen und Karo Ass 10. Dann hätte ich fast wieder gesagt, ja, wenn er nun eine starke Beikarte hat mit Herz Ass 10, Pik Ass und Karo Stich, dann nützen mir die 5 drum gar nichts. Aber schaut euch mal den Auftakt an. 25 schon in Herz und da kommt auch noch der 7. Herz. Also das Spiel war ja schlechter, als die Polizei erlaubt. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass er das noch gewinnen kann. Die Pik Vollen, die werden jetzt zu mir gehen. Dafür darf er gerne dann nochmal in Karo stechen. Kreuz Bube Abzug. Okay, das sieht schon fast wie Aufgabe aus. Und jetzt sehe ich doch schon, dass wir hier Rest habe. Herz Bube. Das macht es mir natürlich leicht. Da habe ich einen ganz leichten Trumpfabzug. Dann kann ich Karo Ass auch noch ziehen. Also ja, hätte er sicher einen Stich mehr machen können, wenn er jetzt auch bei seiner Fehlfarbe bleibt. Wenn er Pik 10 spielt, dann macht er jedenfalls noch ein Stehmetter als Bube. Und oh, ja, ist entscheidend. 30 Augen ist er tatsächlich Schneider geblieben. Okay, das war eine saftige Packung, sage ich mal. Ein bisschen selbst verschuldet hier. Oh, und jetzt wird er sarkastisch. Glückwunsch, schreibt er. Na ja, gut. Gut gespielt haben wir sicher. Aber na ja, vielleicht ein bisschen angeschlagen jetzt, weil 30 Augen doch sehr wenig waren, die er da bekommen hat. Ja, ich versuche ja alles. 0 ist eigentlich nicht so mein Spiel, weil man wenig Möglichkeiten hat, das dann zu beeinflussen. 3 Faule auch hier, aber gut. 7, 10 und Blanke 9, die können auch gut nach Hause gehen. Eine dazwischen finden in Pik oder Kreuz, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Könnte sogar 0 wäre werden. Also 0 Reizung auf jeden Fall vertretbar. Aber auch nicht die ganz große Überraschung, dass ich mich damit hier einfach nicht durchsetzen kann. Oh, und Spieler 2. Auf Herzbuben knistert er das Herz Ass. Also das war sehr optimistisch. Und jetzt hat er meinen Karostich hier nur noch ein Bild. Sind wir immer noch Schneider. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das optimistisch war oder ob das wütend war. Denn jetzt sieht man auch wieder die Bilder fliegen in die Stiche des Alleinspielers unnötig. Ja, irgendwie das Gefühl. Und sowas sollte man beim Skat auch mal so ein bisschen mit berücksichtigen, dass Spieler 2 jetzt irgendwie durch das verlorene Schneiderspiel auf Zinne gebracht wurde. Warum auch immer. Vorzugreifen habe ich mir ja nichts. Ich habe 24 gereizt, manchmal ausgereizt. Und das war dann gleich das nächste. Wer da wieder angepasst mit so einem schlechten Ansatz, ja, sieht aus, als ob jetzt plötzlich, ja, ein bisschen tight gereizt wird. Also jetzt kann es sogar gefährlich werden. Trotzdem traue ich mich hier nochmal 18 zu sagen. Natürlich ist das auch nur ein Ansatz, der noch Verstärkung braucht. Verstärkung bitte kommen. Kommen Sie jetzt. Ah, das sind die Momente, wofür ich Skat besonders liebe. Es gibt viele Momente, wofür ich Skat liebe. Aber nichts ist schöner, als mit so einem Rotzhaufen dann bei 18 plötzlich Bube Ass aufzunehmen und sich zu sagen, jawohl, es stimmt, ich bin eigentlich der Allergeizte. Aber haltet ihr für euch. Ich habe das nicht so gesagt. Und jetzt sprich krank. Zehn Augen im Keller. Ist auch noch nicht von Haus aus gewonnen. Kann immer noch blöd sitzen, wenn Kreuz kommt und die Jungs zusammen sind. Oder auch Herz kommt, die Jungs zusammen sind. Hat auch überlegt, Herz 10 oben zu halten. Ist mir dann aber auch zu heikel. Und gerade für diesen Fall, wo ich einfach eingespielt werde, ist es auch eine schöne Sache, die Herz 10 im Keller zu haben. Das erhöht. Die Schneiderscheine sind auch beträchtig. Gut, wäre gar nicht nötig gewesen. Herz wird auch gleich rausgenommen. War blank. Aber 29, das reicht mir. Ja, da haben wir es. Spiel 9, mein erster Auftritt. Immerhin ein 96er. Damit robbe ich jetzt zumindest gefühlt nochmal so in. Schlagdistanz zu Spieler 1. Also naja, das ist wieder die optimistische Lesart. Tatsächlich ist es gerade so, dass ich noch dichter an Spieler 2 dran bin. Da habe ich jetzt immer nur 120 vor. Während Spieler 1 immer noch 200 weg ist. Aber das war ja immerhin mal ein Wegzeichen. Immerhin mal ein Spiel. Ich muss hier also nicht die komplette Liste nur durchpassen. Spiel 10 allerdings geht wieder davon. So, da haben wir jetzt wieder was. Jetzt nachspielen. Ist aus der 10 zu dritt stärker. Aus der Dame zu dritt. Ich sage immer, auf dem langen Weg die kurze Farbe meist. Das heißt, mich überzeugt einfach die Logik dahinter, dass mein Partner die Farbe vermutlich länger hat. Es ist natürlich nicht unbedingt so, dass ich hier mit den zwei Trümpfen groß damit rechnen kann, im Spielverlauf nochmal hinter dem Alleinspieler zum Überstich zu kommen oder so. Aber trotz alledem, risikolos kann man sowieso nicht öffnen, wenn man die Restkarte nicht kennt. Auch Herz könnte falsch sein, auch Pik könnte falsch sein. Mich überzeugt grundsätzlich die Logik auf den langen Weg die kurze Farbe zu spielen. So, hier ganz klar. Mein Partner muss wohl noch einen Buben haben. Mit dreien hätte der Alleinspieler nicht unterdurchgespielt. Unsere Chance also hier aus dem Schneider zu kommen. Das scheint hier in diesem Spiel das Maß der Dinge zu sein. Hier auch nochmal ein interessanter Stich. Alleinspieler taucht die Karo 8. Wo ist wohl die Karo 10? Kann eigentlich nur beim Alleinspieler sein. Entweder er macht hier noch ein paar kleine Späße, um das Spiel abzukürzen. Ja. So ganz erklären kann ich es mir nicht. Vielleicht hat mein Partner sogar noch einen Trumpf. Deswegen tue ich da jetzt nochmal ein Bild rein. Gut, ist tatsächlich so. Also nur ein 5-Trümpfer, dann hat er auch noch einen Trumpf und zwei Herz der Alleinspieler. Anders geht es nicht mehr. Trotzdem wird er gewinnen, wenn er das Herz Ass hat. Denn die hat zehnmal schon weg. Und mein Partner spielt hier noch den Zwischenzug. Okay. Und jetzt Herz Ass. Wer Herz Ass hat gewinnt. Gut. Dann ist es der Alleinspieler. Das war, würde ich sagen, die letzte Chance im elften Spiel aus dieser Liste noch ein vorzeigbares Ergebnis zu machen. Aber das will heute nicht gelingen. 24 gereizt und es wird gerang gespielt. Ja. Da haben wir wieder meine vier Sorgen. Welche Farbe schlage ich auf? Was soll die Reizung heißen? Es ist ein Null. Es ist ein abgebrochener Kreuz. Es ist alles sehr schwer zu sagen. Also Peak auszuspielen ist mir zu lang. Die Gefahr zu groß, dass mein Partner gar keinen hat. Karo auszuspielen ist mir zu kurz. Ich habe keinen Buben. Warum ausrechnet die schwächste Farbe? Kreuz glaube ich irgendwie auch nicht. Ich habe jetzt, ja, man kann auch sagen, ein bisschen intuitiv. Jetzt habe ich in die Herz 7 gegriffen. Muss, wenn das ein echter Null gereizt wurde, gar nicht unbedingt die beste Karte sein. Dann kann das eher sein, dass mein Partner vielleicht auch nur ein Herz hat. Dann wäre es wieder günstig. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwofür muss man sich entscheiden. Ich fand es trotzdem gar nicht so eine schlechte Idee. Und an diesem Stich kann ich zumindest erahnen, dass es jetzt nicht eine komplette Katastrophe war. Also der Alleinspieler kommt hier nicht etwa mit der 9 oder der Dame ins Schnitt. Ich nehme das jetzt erst raus. Das deutet doch stark darauf hin, dass es blank war. So, jetzt kommt das Übliche. Erst ein Bube. Es fällt nur Herzbube. Und dann geht der Spieler hier über die Asse. Also typische Konstellation für, mein Partner hat noch den Pik Buben. Den traue ich Ihnen auf jeden Fall zu. Und jetzt kommt die lange Farbe vom Alleinspieler. So, da fliegt auch schon die Dame. Und ja, jetzt wird es hier nochmal interessant. Das bedeutet, dass es nicht unmöglich ist, dass hier der Alleinspieler eine Fünferlänge Karo hat. Irgendeine Stärke muss er in seinem Gerang haben. Und vor allen Dingen bedeutet es, wenn wir diesen Gerang gewinnen wollen, schlagen wollen, wo der Alleinspieler jetzt schon ins Herz Ass eingespielt wurde. Dann muss es schon so sein. Dann muss ich meinem Partner zutrauen, diesen zu stechen. Und die vollen müssen rein. Und da hat es auch schnapp gemacht. Das sind 22 Augen. Das war schon mal ein erfolgreicher Stich. Bedeutet, wir können jetzt auch nur noch zwei Stiche bekommen. Denn der Alleinspieler hat noch den letzten Buben und die fehlenden drei Karos. Das müssen jetzt also schon passende große Stiche sein. 22, 33, 37. Und Chawum, es hat Wum gemacht, genau auf 60. Also tatsächlich wäre es gar nicht unbedingt nötig, jetzt, so wie es lief, schon die Herz 10 direkt zu wimmeln. Kreuz König hätte es dann auch getan auf die Karo 10. Dann hätte ich danach auf Kreuz Ass und 10 Herz 10 und Pik 10 laden können. Auf jeden Fall war es wichtig, hier diese Schlussfolgerung zu ziehen und da nicht zu knausrig zu sein auf der Karo 10. Da haben wir tatsächlich ein ... Ja, es war natürlich nur ein Zwei-Farben-Krang. Nur mit Karo-Länge und Herz Ass. Also Aufschlag, Pik oder Kreuz wären erstmal günstiger gewesen. Aber trotzdem musst du das Spiel dann erstmal schlagen, wenn du den Alleinspiel so eingespielt hast. So, jetzt geht es hier erstmal nicht weiter. Was ist los? Ist Spieler 2 jetzt wieder enttäuscht? Wahrscheinlich schon. Was wird er uns schreiben? Der freie Text ist diesmal deaktiviert. Er kann nur aus der Liste auswählen. Welchen weisen Rat wird er uns denn nach diesem Vorfall mit auf den Weg geben? Da, habt ihr es gesehen, er gratuliert uns wieder. Also ein höflicher Sportsmann oder ein etwas trauriger Sportsmann. Auf jeden Fall ist er damit wohl aus dem Rennen. Und für mich ist natürlich im letzten Spiel es auch nicht mehr möglich, Spieler 1 noch zu bekommen. Aber um der Ehre willen, um der guten Zeiten willen, um der schönen Karte willen, ich bin ja hier nicht, ich bin ja hier zum Spielen und deswegen reize ich dieses Ding jetzt nochmal aus. Spieler 2 hatte ja seine Chancen auch und zack! Ei, 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 ei! Da haben wir natürlich wieder die übliche Geschichte. Jetzt finde ich bei 33er Reizung auswendet den Pikbuben. Also mit Kreuzbuben hätte ich mich gar nicht mal beschwert. Dann sähe der Rang relativ gut aus. Mit Pikbuben ist das jetzt natürlich gegen eine 30er Reizung, beziehungsweise auf 33 gepasst in Mittelhand schon schwierig. Schwierig. Jetzt kann man 14 drücken, habe ich überlegt. Andererseits, ja, es überzeugt mich auch nicht so richtig. Es überzeugt mich auch nicht so richtig. Dann schleppe ich die Pikbusche. Ich habe es auch oft genug schon gesehen, dass es sich dann doch lohnt, die Karte sauber zu drücken, dass dann doch Karo oder so rauskommt. Und wenn Karo auf den Tisch kommt, dann verlierst du plötzlich das Spiel ansonsten, weil du später im Spielverlauf die Pikbusche noch schleppst. Also ich drücke sie mir jetzt hier sauber und jetzt geht es ans Daumendrücken, sonst werde ich auch noch meinen Abreizgeldbeitrag leisten müssen. Nein, Pik kommt raus, aber nur die Dame. Also das ist ja ein ausgesprochen verdächtiger Stich. Weiß ich gar nicht so recht, was jetzt hier gerade abgeht. Klar, 3 Augen darf ich natürlich nicht stechen. Ich komme ja tempomäßig viel zu kurz. So, da liegt jetzt ein Voller. Den steche ich logischerweise. 4 gedrückt, 17 Augen, ja. Ich meine, trotz der Reizung, mein Spiel ist irgendwie zu schwach, finde ich, um einfach jetzt über die Dörfer zu gehen. Dann werde ich wohl die... Also erstens, dass Kreuz 10 läuft, geht ja fast, geht ja nur, wenn die Jungs zusammenstehen und derjenige dann noch zwei Kreuzen hat. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, dann, ja, mit Kreuz 10 und Herz 1 bin ich erst bei 50. Und wie soll ich dann die Karo 10 noch unterbringen? Also irgendwie denke ich, es muss trotzdem... müssen die Buben verteilt kommen. Das ist zwar nicht unbedingt meine Erwartungshaltung. Vielleicht aber bei der 30er Reizung durchaus ohne 2. Ja, sieht gut aus. Dann sieht es schon wieder komisch aus. Also Spieler 2 in Mittelhand, der gereizt hat, hat also gar keinen Buben. Und jetzt habe ich hier natürlich die Chance verpasst, mit dem Kreuz Ass schon mal das Bild, den Kreuz König, abzuziehen. Ja, der wird mir wahrscheinlich am Ende fehlen, sage ich mal. Jetzt ist klar, was jetzt kommt. Erstmal einmal Pik 10. Ja, richtig guten Abwurf habe ich nicht. Ja, das wird wohl irgendwie nicht mehr funktionieren. Aber was ist hier los? Was ist hier los? Plötzlich kriege ich auch mein blankes Herz Ass 13 Augen. Damit stehe ich ja dann doch über 40. Es braucht nur noch Kreuz Ass 10 laufen. Ja, und es läuft. Und Spieler 2, ihr seht das hier, der hat noch Herz Luschen. Also, ja, da muss ich mich fast ein bisschen für entschuldigen. Es ist mir fast unangenehm, jetzt dieses Spiel auf diese Art gewonnen zu haben. Da war wohl Spieler 2 schon entweder so verzweifelt oder so wütend oder schon im Feierabend. Das war natürlich jetzt hier ein Auftritt, der mich begünstigt hat. Der Gang ist jetzt eigentlich nicht zu gewinnen. Manchmal ist es beim Skat aber doch so. Gut, ist gar nicht so dramatisch. Ich wäre wohl sowieso noch ganz knapp vor Spieler 2 geblieben. Und Spieler 1 hat diese Liste für sich entschieden. Und dem gratuliere ich dann 5 Euro aus der Rocket Kasse von Ariel. Herzlichen Glückwunsch. Einen anderen sage ich erneut. Jetzt noch ist die Chance. Jetzt wird es langsam knapp, wenn ihr hier nochmal einsteigen wollt. Wenn ihr im Januar um den großen Jackpot mitspielen wollt. Wenn ihr gegen mich am Tisch sitzen wollt. Oder gegen viele andere sehr gute Skatspieler. Dann solltet ihr jetzt die Beine in die Hand nehmen und nochmal einsteigen. Die Wintermonate eignen sich ja besonders gut zum Skatspielen. Dabei belassen wir es jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt dran und wir sehen uns bald mit den nächsten Videos. Hahaha. Können Sie sich schenken?